Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. War das Bad früher nur zur Körperpflege gedacht, ist es heute ein Ort für Entspannung und Behaglichkeit. Die Firma SHG Fliesen und Bäder in Sulzemos versteht es in unvergleichlicher Manier aus Bädern einzigartige Wellness-Oasen zu machen. Der Sanitär- und Fliesenlegermeisterbetrieb gilt als einer der besten auf dem Gebiet der Bädersanierung. In einem Beratungsgespräch werden Ihre Wünsche eruiert und anschließend mittels 3D-Planung virtuelle Wirklichkeit. So haben Sie bereits vorab eine Vorstellung, wie Ihr Traumbad aussehen wird. Danach geht das einfallsreiche SHG-Team unter der Leitung von Robert Steindl und Emil Hartmann ans Werk und zeigt Handwerkskunst in Vollendung. Ob Trockenbau, Fliesenlegen, Elektroinstallationen oder Installateur- und Malerarbeiten. Beim Meister der Elemente-Mitglied bekommen Sie alles aus einer Hand. SHG Fliesen und Bäder – das Allround-Genie für Ihr Wohlfühlbad.